Und nun zu etwas Poesie. Von Gary. Er formuliert unnachahmlich. Mach schon, mach schon. Wenn der sich nicht beeilt hat, hat mir keine Zeit mehr für das Hauptprogramm. Mich. Kadeus, was soll ich benutzen? Mr. Sauber oder Dr. Rhein? Ja, sicher. Und nun, meine Damen und Herren, kommt der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Das Beste kommt eben immer zum Schluss. Einen kräftigen Applaus für den unvergleichlichen Kadeus. Was soll das? Was soll das? Ich hasse diese Verlustgeschäfte. Das ist das Letzte. Also das ist es mir wert. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr so gut bin. Du Tittenflasche! Sockse Gesindel! Ihr wisst doch gar nicht, was Talent ist! Aber was keins ist! Aber was keins ist! Aber was keins ist! Aber was keins ist! Äh, Tadeus, kann ich jetzt anfangen? Ja, die Schuhe ist vorbei. Hey, ja! Das ist doch was! Ja! Freizend, der Junge! Freizend, ausgezeichnet! Sie wollen eine Zugabe! Geht zur Seite, Sponsor! Wir wollen mehr! Aaaaargh! Ahh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast es geschafft, Tadeus, das war eine tolle Show Oh, mein Sohn ist ein Star Wer hätte gedacht, dass er so ein Talent ist Ich werde wohl eine zweite Schubkarre brauchen Für die Show nächste Woche